hallo und willkommen zurück bei looter kings und wir sind in der blutrausch blutrausch sind im blutrausch was war denn jetzt noch mal die missionskarte noch mal gucken missionskarte ich weiß es nicht mehr also hier gibt es keine pilz hier sind so tränke am tisch zum beispiel cc konnte man gucken ist dann schon jetzt habe ich ja der bio hat alle tränke weggesoffen ich geh schnell tschau ich hab mich aber mit gestern zählt dann auch schade ich konnte jetzt nicht mehr zählt das auch ja eh ja Johnny du hast zwei gestammt echt? ja das würde ich mich selber ja ist ja egal das zählt ja auch ja oh weil hier kommen bestimmt die bösen bösen bücher äh komm bücherwürmer wie geil oh die haben Papierflieger raus wie geil oh mein Gott machen die Schaden au jau oh stecken ja ja die machen aber gut wenn sie nicht haben äh die machen nicht aber gut ich platte aber hallo äh oh nein hau rein hey geh da hin ja deswegen geh da hin ich hab keine fernkampfwaffe wir sind unverwundbar wir sind unverwundbar ja hau doch nicht ab ok jetzt musst du raus da oh alter du kannst das ja überhaupt nicht level up jetzt brauche ich leider einen heal warte nein das kann doch nicht sein dass der mir mal fast mein ganzes Leben abzieht mit einem schlag hier hinten ist ein Heiltrank hier hinten ich seh hier noch einen Raum wow ja hier ist auch einer ich brauch nämlich auch einen ich seh sogar einen im anderen Raum au 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 ok ich muss hier ist auch ein Heiltrank bo isolation ja dafür wo 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 nicht nein oder hier ist ein Pilz den kannst du auch nehmen äh, Mio ist er da kannst du mal einsetzen, Faye? jetzt gerade nicht ah ok, da kann man problematisch ich heil mich dann selber shit und bin eben unverwundbar au 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 weil ich brauch jetzt selber grad einen oh alles klar, sauber huiuiui, das war jetzt aber die waren aber böse oh ja die waren aber echt mega böse wer muss noch, äh, wer will aufjumpen man kann damit heilen eben ja warte hier, ich hab du auch ich heil ich glaub ich nicht ganz voll wer will, ja, alles klar na, sorry ich hab schon wieder zu schnell E gedrückt ach, da ist die leuchtende Tür ach, da ist die leuchtende Tür ach, ihr habt ne Lootkiste übersehen übrigens oh, passiert ich hab 8563 Loot aber ich hab ein Level abgehabt ach ja, warte mal wie war das nochmal? T drücken und nicht bewegen, ne? ich hab mal T drücken und nicht bewegen, ne? ich hab mal T drücken und dann nicht bewegen, ne? ja, alles klar cool sieht aber cool hier aus bin wieder da nur, ich darf mich nicht aus dem Raum bewegen oder die anderen auch nicht ne, nur du die dann nehme ich deinen letzten, ähm, Raumfortschritt da sind auf jeden Fall Bänke da steht nämlich einer auf dem Boden direkt da sind wir immer schon Aua äh was? hier hinten ist ein Trank ja, und ich hier auch wenn er eben den Fokus auf euch zieht könnte ich mich jetzt hochheilen ja, ich hab ich versuche ich hab, aber das sind nämlich zwei Würmer glaub ja, und ich bin oh oh so, ich hab zwei Würmer zwei Würmchen ja, ach, wieso sauber, bio, sauber oh, da ist ein neuer gespawnt von hinten ich hab grad Schaden gekriegt ausnahmen weg ja haben wir zweite das gibt es doch nicht warte ich selbst hier ein pilz hier so und verdammt nein ordentlich sind zwei stück wenn sie den pilz mehr du bist er da als ich kann gleich wieder einsetzen ich setze wieder ein der zweite kommt das ist voll mies naja ich versuche mich zu leilen bei dem vielleicht zu stecken um mehr schaden zu machen damit ich nicht so wer willst denken wertwert fernkampf du ne fähig kommt drauf so wir sind unverwundbar hau drauf gib alles was du hast okay alles weg das weg jetzt schon nicht müssen auch schützt schulung ein paar händler da treffen er ist aber platt und selbst wird sein ein Hammer noch da war auch noch bei Ruhr ist so wir sind unverwundbar ja zumal mit den Dingern sieht der einen auch so schlicht aua man nein wie müssen gleich eigentlich Platz haben ja wenn der nicht nein nein oh ne verdammt und ewig schweigen oder 200 Lunde Bordene wie mies wir waren fast durch Ohr ist das übel hohe Ohr sorry ich war der 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 gejumped ist Ohrmann alles gut alles gut alles gut Ich habe die meisten Gegner getötet. Ja, weil du im Nahkampf. Achso. Traincrawl? Gestorben. Achtmal fe... Boah. Pio ist mehr gestorben als alle anderen? Echt? Gefühlt bin ich mehr gestorben. Technik-Artist. Die gibt es, glaube ich, alle gar nicht mehr bei den Winterkingslider. Und in Hiyo. Ja, ein paar sind ja geblieben. Ich glaube... Nur der... der Dings? Oder Anna bringt mal... Pilze gegessen. Bio und die meisten Pilze gefressen. Dominik Finkenberger. Das ist der übrigens von... Ach, wer ist die Band. Pilze getroffen von den DJs. Mann und Schmidt Projekt mit Animation Music. Ach, von ihm ist die Musik. Blut aufgesammelt. Bio, guck mal hier, wie ich... Blut gestohlen. Ich habe am meisten Blut gestohlen. Valentin Armel. Seifenblasenexperte. Erik Range, offizieller Backfinder. Irgendjemand hat nicht auf X gedrückt. Unbezahlte Statisten. Babyratten. Ich habe auf X... Böse Zwerge. Bücherwurm 6. Unbezahlte Statisten. Elfen... Elfenprinz 1. Fütter mich Pflanze 02. Golem 1. Hirschkäfer 2. Oder 10. Tote Elfenkönig 1. Wurmstamm 10. Das ist ein Wurmstamm. Spielzeit. 2 Stunden 39. So lange haben wir... Gebraucht eigentlich, um jetzt zu sterben. Hammer eigentlich, ne? Blut tut gut. Verlust ist Frust. Alle Goblins sprich... Altes Goblins sprich... Aber wir haben es durchgeschaut. Verlust ist Frust. Das stimmt. Ich bin echt ein bisschen gefrustet gerade. Freiheit für alle Goblins. Nie damit der Elfen-Diktatur. Skin 05. Spiel da mal zu. Juhu. Gold, um die Karte freizuschalten. Ja, super. Ich bin gefrustet. Und ich bin ganz schnell, ich bin ganz schnell, ich bin ganz schnell, ich bin ganz schnell, ich bin ganz schnell. Was war das denn? Bödeskült. Ein dober Versuch. Wer ist wieder vorbeigelaufen? Fäh? Ne, nein. Bio. ich das scheint dass ich mich überlaufen ich habe mich auch gerade irgendwie verletzt 1 bei der erste unterfallen ich habe ich den ich habe eine Elwishose der Verheirat ist ich mache mich an die Hose ich kann nicht nur ein bisschen anders oder Nein, Hose des Küchen, Junge. Okay. Mein Sexspielzeug kann ich noch nicht. Aber ich brauche ein... Auch, äh... Ich kann nicht Nahkampf. Du kannst nicht Nahkampf. Ja, komm, dann gehe ich auf... Die hatte ich jetzt selber noch nicht. Ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. Ich habe Heilung. Echt? Hast du Heilung? Das ist gut, Alter. Nee, die Krach und Knall hatte ich... Ich überlege gerade, soll ich wieder die eine... Was hatte ich denn jetzt gerade? Für eine Waffe. Ah, die war so teuer, ne? Ja, ja, ja. Dann nehme ich lieber die Hartholzkeule. Diese Keule wurde aus dem Zehnagel des letzten Ends... Die war eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Nee, nur echt... Kawabanga. Kawabanga. Ich würde sagen, dann spielen wir das Level noch durch und dann... Was habe ich denn jetzt? Jetzt glaube ich, Zeit für das Bettchen. Was habe ich denn? Oh, ich habe Geister. Ah, ich habe hier... Geister sind auch gut. Geister sind auch echt gut. Geister sind auch gut. Stimmt. Wie wird die Zehnagel? Weil deswegen habe ich nicht so viel ausgegeben, damit ich gut sammeln kann für mein Spielzeug. Ah, die sind doch schon alle am Bluten hier. Ja schon. Oh, sie ja. Ich brauche mein Spielzeug. Vorsicht! Ich finde das so geilig. Ah, er hat schon wieder die, die, die... Die Gabel. Die sind echt gut, ne? Die machen auch echt gut. Damage, ne? Ja, ich kann nur einen Kanaken tragen. Der muss ja auch nicht. Ich bin halt eher so der Fern-Prioritäten-Spieler. Da waren doch schon alle, ne? Ja, wo die Karteihe. Ja, ja. Ich kann sammeln, damit ich mein... mein geliebtes Sex-Spielzeug wiederholen kann. Ey! War mein Pilz. Ich war noch nie so gehypt aufs Sex-Spielzeug wie hier. Ey! Ey! Ich werde hier fett gelootet. Das gibt's doch nicht, ey. Hier ist ja nichts mehr. Hier ist ja gar nichts mehr. Komm her! Ich hab gar kein Pilz. Das ist das blödeste. Oh, komm her! Shit. Ah, Loot! Nimm der Pions jetzt... Anke, Anke! Nimm der Pions gleich eh weg. Geh mal vor! Gerne. Boah, hier ist der S. Oh, ne, ich geh doch nicht. Achtung! Flop! Flop! So, da kann die Fee eigentlich relativ... Ich finde... Oh, da kommt die Stimme. Ja, besonders, weil die dann erstmal so ein bisschen... äh, äh... Stunzen noch. Ja. Die macht echt mega damage. War hier nicht, aber... Die kann man nicht essen, hier, die Pilze, ne? Die gelben? Doch, doch. Echt? Die hier, ja. Die ganze essen. Na toll, danke. Guck. Ja, jetzt ess dir doch die alle. Die. Die kannst du. Ich will heilen, und die sagt, äh, guck. Ne, ich hab ja, musst du selber heilen. Achso. Oh Mann, ey, ich spar auf mein Sexspielzeug, ihr Decken. Hat sich ausgesexelt. Ich will jetzt Kind haben. Ich will jetzt Kind haben. Dann geh mir wenigstens das Gold nachher zurück, dann kannst du mich so oft stunnen, wie du willst. Ja, ich will mir auch verkaufen. Ich brauch mein Sexspielzeug. Mein Liebesspielzeug. Hast du gerade auf mich geworfen, ne? Hab ich mir gerade auf mich geworfen? Äh, welche Tür nehmen wir jetzt? Nein. Scheiße, ich wollte jetzt mal looten, ne? Äh, welche Tür nehmen wir jetzt? Echt, die nicht? Wie hier? Egal. Egal. Habts doch irgendeine, ne? Ich trau mich doch nicht. Voll schlimm. Äh, hier drin. Uaaah. Ey, das... Da war der gerade nicht drin. Aua. Blöde Ratte. Blöde Ratte. Au. Warte. Zack. Oh. 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 Achso, dann bist du wie du. Ich seh da nur einen auf dem... Knie. Auf. War das schon alles? Ja. Mein Fehl. Mein Fehl. Mein Fehl. Ich bin nicht mehr? Hm. Ne, nur noch Filze. Ich bin ein bisschen traurig. Ey! Hilfe, ich werd gelootet! 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 So, ich loote schon mal. Oh! Moment. Oh nein, Ratten! Ohooo! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ah! Warum hilfst du denn auch eine mit? So Nein, aua Sind alle Alle raten Und das sind alle? Ich brauch ne Prints dringend Hier vorne sind noch welche Ich hab hier unten angefunden Der hinten wär auch noch einer Ähm Der oben ist auch noch einer Da von da kamen wir, ne? Von da kamen wir Dann müssen wir hier jetzt wieder lang Oh, das ist ein Dattier für Pilze Diese, diese Lochpilze Welche? Ich hab ne Ahnung Die kannst du aber auch wissen Die haben nur einen Grafikpack Achso Ah, ich bin durchs Feuer gelaufen Bist du dämlich Also, dass wir verloren haben Ist, äh, vorhin Fehler von Faye gewesen, ne? Ganz klar Er ist, ja Ja, Faye ist schuld So ist du da nicht Oh, sorry Macht nix Aber deine Animation eh weg Also Oh, oh Shit Da, warte, warte, warte 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 Da, die eine Fliege Die mir hier voll oben geht Oh, ah Oh, ah Oh, da, da kommt der neue Von hier in hier Oh Oh Glaub, es ist vorbei. Jutray, was machst du denn da unten? Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, was ich da wollte. Wo krieg ich mein Sexspielzeug nie? Ach so, die gelben waren ja gut. Die gelben gingen, oder was? Ey! Danke. Die gelben gingen, oder? Gingen die gelben? Gingen die gelben? Ey, ich hab nichts zu tun. Lass mich in Ruhe. Ey! Kann sein, dass du leer bist? Ey! So lange die Kinder spielen, soll man sie spielen lassen? Was? Oh, so. Das gar nichts mehr. Ja gut, dann... Pilze noch eben zum Stunnen. Also jetzt nicht nur gegen uns, sondern auch generell zum Stunnen. Warum nicht? Ja, ich bin gespannt. Ich glaub, Bio hat... Blut gestorben! 70! Ich? Boah, was? Ja, aber ich hab's ja noch nicht. Siehst du denn hier diesen roten... Achso, den sieht der ja gar nicht bei mir. Nene, ich... Da fehlt jetzt noch ein Viertel... Ein Viertel steht mir, um dieses Sternchen zu erreichen, da. Und ich glaub, dann krieg ich's ja nämlich erst. Alter! Flieg auch ab jetzt! Schmier! Oh! Oh! Ich muss ja morgen auch... Als... Beziehungsweise... Die erste Goblin-Ehe wurde im Jahr 66 von Gronkh, dem Liederlichen und Sarah der Zärtlichen geschlossen. Besonders Sarah! Starte mit 100 Leben! Versteh'n mehr Pilze als alle anderen, um diese Karte freizuschalten. Das wird Bio wieder schaffen. Juhu! Gut. Freunde! Vielen lieben Dank fürs Zusehen! Es bringt nix fehl, wenn du jetzt zuerst lootest oder was kaufst. Nee, ich... Weil wir starten genau... Ich kann ja eh noch nicht kaufen! Achso. Mein Sexspielzeug ist noch zu teuer. Ja. Weil ihr mich alle gelootet habt. Ja. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank und äh... Tschaui! Bist du mal auf da? So. Oh. Elfe! Ihr Wichsgriffel. Ich hab da nix mehr! Nee, aber das ist glaub ich auch gespeichert. Das? Nee, das ist das nicht. Nein, nein. Ja, immer ab Fahrstuhl. Wenn du mit dem Fahrstuhl hochfährst, dann ist das gespeichert. Ja, auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Iva! Tschüss! 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 Tschüss!